Und ich gucke jetzt mal, dass ich hier irgendwie reinkomme. Wie gucke ich überhaupt da rein? Ah, da sind die Lianen, da kann man mit hoch. So, wie gesagt, wenn der Erste, der den Boden berührt, der verliert die ganze Geschichte. Das weiß ich gar nicht, wo ich hier oben überhaupt hin muss. Und es ist nachts, sollen wir mal Tag machen, ne? Ich mache halt mal ein paar Lianen ab. Das Dumme ist natürlich, ich habe jetzt als... Du hast Game und Du-Mongolid. Ja, dann muss ich erst mal umschalten, ja. Na, seht ihr mal, so unverspielt er immer. Ja, ist ja gut. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, jetzt ist das schon... Aber trotzdem holst du jetzt die Lianen unterm Hinter weg, damit du hier nicht wieder runter kommst, ey. Schlimm nennt sich runterfallen. Solange ich den Boden nicht berühre, passt das doch. Boah, ich bin ja bald selber runtergefallen. Wie gesagt, wenn du einem ne Grube gäbe, fällst du dann selber rein. Ähm, wie mache ich denn das jetzt hier mit dir weiter? Warte, ich muss ja irgendwie, muss ich ja dich dann daran hindern, mich zu nerven, ne? Wo bist du denn überhaupt? Seh ich dich? Seh ich dich irgendwo überhaupt? Ich bin... Spiderman. Ganz oben oder was? Nö, 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 nö. Spiderman. Was heißt Spiderman? Spiderman... Was spiderst du denn? Ich spidere dich von oben. Naja, du kannst ja nicht mit Waffen arbeiten. Das ist nur hier, wie gesagt, das Laub abbauen und Holz abbauen. Und ja, wer dann eben als erstes auf der Erde landet, der ist der Dumme. Sterben fällt auch als runterfallen? Jede Art von aus dem Baum raus auf den Boden heißt Ende. Darf man sich gegenseitig prügeln? Nein, das ist PvP-off eigentlich. Also soll nicht so sein. Ja, nee, das geht ja hier nicht darum, dass man die PvP hier macht, sondern es geht darum, dass man hier auf einfache Art und Weise eine Menge Holz kriegt und Spaß dabei hat. Nicht im PvP, das ganze PvP macht es einfach. Einfache Art eine Menge Holz bekommen. Ja, das Abbauen des Holzes hier vielleicht, damit du hier vom Baum runterfällst gleich. Oder ich, einer von beiden. Das sind jetzt die Lagen mal wegmachen, wo bin ich denn? Ja, ja, klar. So schraube ich ja auch. Oh, scheiße, nee, 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 das ist ja zu, wenn ich daneben haue, kann ich nicht. Ey, hier kann ich auch. Nein, nein, das war ja jetzt nicht der Sinn der Sache. Gut, wenn ich dich mal treffe, kann ich jetzt auch nicht dafür. Ich dachte, PvP ist auszuwungen, oh Gott. Nee, 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 das ist hier ist kein, das ist ja nur ein Test-Server. Der ist ja nicht als, äh, Dingens, äh, der hat keinen World Guard und gar nichts. Und deswegen wundert mich auch, dass du vorhin, äh, so einfach da inskonntest hier. Spawn Protection? Ja, aber das ist recht weit vom Spawn weg eigentlich. Aber das könnte sein, ja, ja, das ist nicht unmöglich. Ey, geh mal aus dem Gesicht. Trolling. Ja, Trolling ist doof, da geht's ja nicht weiter. Wieso, das ist der Sinn des Spiels, dass ich gewinne und meine Taktik trollen ist. Ja, Trolling. Kann man auch was hinsetzen? Ja, das ist ja eigentlich nicht, ja nur abbauen. Maaann, sonst kennst du mich hier. Ja, das ist, äh, das ist eben die Regel. Ja, das muss ja irgendwie so gehen. Wie lange hast du eigentlich für plant, dass es dauert? Keine Ahnung, dann sehen wir, wie gut du bist und wie schnell du mich fertig machst. Wie schnell ich dich fertig mache? Ja, oder ich dich, das wird man dann ja sehen. Also noch so, aber nicht so weit. Ich scheine, wo bist du denn schon wieder? Sorry. Tschüss. Ja, jetzt nicht hier unten. Schlimm, ich komme mal wieder hoch. Scheiße, wie werde ich jetzt endlich los? Ey, hau mich nicht. Ja, ich wollte was abbauen, wenn du vor meine Flinte läufst. Das ist dann halt Kismet sozusagen. Ja, Schicksal. Ey, lässt du mich mal in Ruhe hier? Boah, ehrlich? Ich will dich als erster roter. Wieso? Ja, wo bist du denn schon wieder am Nerven? Das ist schon wieder unter mir. Hey, du haust ihn mal unter mir. Das gilt nicht. Das mache ich jetzt auch. Das ist der Sinn des Spiels. Ja, ja. Ganz ehrlich, das ist der Sinn des Spiels. Ja, ja, ich meine, hinterher wird man sich überlegen, ob wie viel Holz überbleibt oder wie viel Laub. Und dann irgendwann, wenn gar kein Holz mehr da ist, dann verbaut sich das Laub ja von selber auch noch. Dann fällst du plötzlich runter, obwohl der Gegner gar nichts gemacht. Ja, ja, ich kann auch ein bisschen, aber du brauchst mir jetzt die Insel hier. Meinst du was? Nee, keine Ahnung. Alles Unglück kommt von oben. Ja, gerade immer noch von unten. Jetzt bist du plötzlich von oben oder was? Schmeißt du mich mit Holz zu oder wie? Nö. Wie, nö. Wenn du dich da einkapselst. Ich kapsel mich nicht ein. Ich musste auch gucken, dass ich dich irgendwie los werde. Dann irgendwie umslos muss, wo du bist. Tja. Eine gute Methode ist ja voll. Alles Unglück kommt von oben. Wie gesagt. Na, schauen wir mal mit dem oben. Da oben bist du doch gar nicht mehr hochgekommen. Das ist doch von einem anderen Baum aus vielleicht. Tja. Das musst du natürlich mit berechnen, ne? Jaja, das ist natürlich jetzt extra so gemacht, dass das hier die Bäume zusammen sind. Und dass man da von einem zum anderen hüpfen kann, wie so ein Affe. Hüpft da wie so ein Cheater von einem Baum zum nächsten. So, und jetzt brauchst du wieder was hier. Ja, ich auch. Kann ich, Taktik-Cams von oben. Jetzt kommst du doch wieder von unten. Was ist das denn? Ja, tatsächlich Taktik-Änderung. Aha, Taktik-Änderung. Sowas nennt so Taktik. Wenn du keine Taktik hast, dann wirst du richtig schön verlieren, mein Freund. Oh, oh, hier nicht schlagen, ne? Ne, ne, das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Ja, ja. Weißt du, was noch viel lustiger wäre, wenn du jetzt verlierst, weil du aus eigener Dummheit runterläufst? Ja, das kann natürlich vorkommen, das ist schon klar. Ja, kann ich auch. Ja, ich steh auf dem Block. Das ist mein Block. Den baue ich jetzt ab. Pass mal auf. Ja, ich auch. Guck mal hier. Illuminati. Tschüss. Hallo. Ey, nicht runter. Ich hab dich nicht geschürzt. Ich brauche mich im Blätter ab, wenn du am Weg stehst. Wo bist du denn? Ach, da. Ähm, äh. Wie komme ich jetzt auf diesen Scheiß? Brauchen wir doch gar nicht mehr. Ich doch nicht. Ja, klar. Scheiße, runterfallen. Ja, aber da bin ich noch nicht so weit unten, dass ich auf dem Boden bin, ätsch. Aber ich muss jetzt erstmal wieder hoch, sonst kann ich ja bei dir nichts abbauen. Äh, wo bist du denn schon wieder unter mir, ehrlich, ist es denn wahr? Ja, ich hab das Fagenkotz abgemacht, bist du nicht sicher? Ich mag das Fagenkotz abgemacht, damit ich besser sehe, wo ich hinhau. Alter, 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 ich komme hier nicht mal... Das ist doch nicht mein Problem, wo du nicht hinkommst, ehrlich. Ich gehe jetzt erstmal nach oben wieder irgendwo hin. Bist du sicher? Keine Ahnung, werden wir mal sehen, wie weit ich komme. Äh, keine Ahnung, jedenfalls bin ich... Boah, ist klar, ey. A little bit auslachen. What? A little bit auslachen. Selber. Ey, nicht runterschießen. Ich hab dich nicht runterschießen. Nein. Ich hab einen Block unter dir abgebaut. Ja, guck, ich baue auch Blöcke ab. Ja, 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 nicht runterschießen. Ich baue auch Blöcke ab. Ich baue auch immer so Blöcke ab, Digga. So, da oben ist jetzt aber Schluss. Da kommt jetzt gar keiner drauf. Ich glaube, der ist jetzt Ende hier, der Bomb. So. Wo bist du? Da. Behind you. Ey, stell dich doch nicht mehr neben mich. Ja. Stell du dich doch nicht immer neben mich. Schnell verschwinden, bevor das alles Löcher hat unter mir. Oh Mann ey, bei mir leckt es gerade ein bisschen, aber es geht nicht. Ja, das ist ja egal. Scheiße, Regen. Wie Regen. Bei mir regnet es. Bei mir regnet es nicht. Aber schall doch, stell doch den Regen mal ab. Mit deinem Opti-Dingsbuchs. Fein. Hab ich nicht dabei. Ach so. Ja, keine Ahnung. Da muss man gucken. Downfall. Toggle, Downfall. Genau, das geht auch. Außerdem kann ich dich jetzt abtoggeln. Dann bist du sicher. Fällst du down. Dann brauchst du keinen Regen mehr. Ich mach jetzt überall ganz miese Löcher runter. Ja, ja, so ungefähr, nach der Mutter. Fällt man dann rein und fällt durch. Ejo. Hm, also neue Technik entwickeln. Aber bitte nicht unter einem selber das Loch. Das wäre ein bisschen blöd. Aber es ist viel Holz her. Erstaunlich. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre... Hier kannst du schon durchfahren, wie so unten hin. Dann würde ich sagen... Ja, ja. Freitmann's Heil. Ja, ja, vergiss es. Ich bin auch noch da. Aber hier ist auch schon verdammt scheiß weißer unten. Wir können gleich auch noch mal Petri Heil spielen. Ja, ja. Naja, gibt's auch... Kannst du auch so... Gibt's auch als Spiel irgendwie. Sag ich doch, Mann. Hört mir doch niemand zu. Niemand hört mit zu. Keiner hört mit zu. Keiner weiß, was ich meine. Niemand versteht mich außer ich. Fall runter, los. Wo lebst du? Ey, hier nicht runter. Ich schieb's dich nicht runter. Ich schmeiß nur die Blätter hier weg, die da stehen. Naja. Petri Heil. Oh, scheiße. Petri Heil. Scheiße, zu tief gelangt. Go, 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 go. Iiii. Scheiße. Go, 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 go. Scheiße. Was heißt hier go, 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 Mann? Keine Ahnung. Tschüss. Nö. Na klar. Ey, hier nicht unterbrechen. Hey, kann ich auch. Tschüss. Ey, wenn ich es abbaue und du mich schlägst, dann wird das Abbaun unterbrochen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so. Und wenn du irgendwie dauernd vor meine Nase läufst, dann ist das auch so. Kann ich jetzt auch machen hier. Ne, das wäre leid. Leute, wenn du vor mich läufst, dann kann ich da nichts für. Tschüss. Tschüss. Ähm, gleich wieder nach oben. Scheiße. Weißt du was? Ich stehe über dir. Du stehst überhaupt nicht über mich. Ich stehe über dir. Ja, aber es ist nur marginal. Boah. Hängst du hier wieder in Rettich raus, oder was? Wie schön wie auf der anderen Seite. Ja, so ist das. Und dann kommt der geile Move. Dann kommt der Gangnam Style, oder was? Was? Ey, hier nicht. Copyright ETC, ne? Was für ein Ding? Gangnam ist doch, äh, kann ich doch erzählen. Das ist doch ein normales Wort. Das steht bestimmt bald im Duden, so. Oder? Halt's ab. Ja, pfff. Google steht auch im Duden. Google steht im Duden. Ja, klar. Ja, okay, aber Google ist auch bekannter, ey. Ja, das ist jetzt. Ja, gut. Ich bin mir nicht sicher. Ach so. Ja, ist klar, ey. Komm, mach mal ein Loch unter dir. Na, du. Boah, leckt das gerade bei mir, ganz ehrlich. Ja, ist klar. Immer die Lecks. Nein, guckt doch mal, ich habe hier 14 FPS und so. Ja, ja, ich gucke jetzt gar nicht. Ich muss jetzt erstmal hier verschwinden. Ich habe 14 FPS. Ich habe hier scheiße Löcher. Was hast du? Ich hatte gerade eben 14 FPS. Ja, das ist jetzt ein bisschen wenig. Ja, das stimmt wohl. Äh. Hä? Du springst immer so hier, der Herr, das liegt an deinen Lecks, ne? Dann wird das bei mir abgedatet und dann plötzlich, äh, bist du ganz woanders. Deswegen treffe ich dich auch manchmal, weil du bist gar nicht da. Ich hau da hin und dann plötzlich stehst du da und fängst an zu knatschen. Juhu. Ah, schon klar, knatschblei. Ey, du stellst dich auch genau wieder vor. Ja, so wie du auch gerade eben. Musst du dich nicht wundern, dass da ein Abfluss. Und? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Ah, das dauert eigentlich länger, als ich das mir so überlegt hatte. Das ist schon... Ähm... Lass dich cut machen! Och, noch bin ich da. Äh, geh von dem Block da. Ich will den kaputt hauen. Was kann ich denn dafür, wenn du den kaputt hauen willst? Wenn du alles zerstören willst, du machst immer alles kaputt. Ich bin der Kaputtmacher. Ja. Du machst immer alles kaputt. Ja, genau. Du bist ein richtiges Monster. Ja, genau. Ein richtiger Tyrann. So. Tyrann. Ey, du haust mich. Nein, ich will... Ich wollte den Laubblock da hinten abbauen. Ja, ja, schon klar. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ey. Hab ich ja auch. Warum sagst du sowas? Das gilt doch nicht. Boah, go, 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 go. Mach mich nicht fertig. Du wolltest das spielen. Ganz ehrlich. Durst du. Ey, komm, lass mal machen hier. Ey. Was kann ich dafür, wenn du so schlecht bist? Ja, 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 ja. Und... Toptenach. What the fuck, shit. Hab nichts gesagt. Was machst du? Springst du mal irgendwo hin, oder was? Ja, ich springe mal in Löcher. Hallo! Ey, du springst mir vor meine Flinte! Du musst dich nicht wundern, wenn du auf die Nase einst. Ich krieg ja nicht auf die Nase. Na, dann haben wir gesehen. Na? Do you want to play? I am playing... You are playing Minecraft? I am now going höher. You are now going höher? Glaub ich aber nicht. Wie glaubst du nicht? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Wie wir uns hier langsam eingraben, ey. Ja, ja, ja. Boah, ist das Habeos. Äh, 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 ne, ne, ne. So spielen wir nicht. So spielen wir nicht. Nur so spielen wir. Ja? Na klar. Bist du sicher? Ich mir aber nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir so spielen. Na klar, werden wir schon hinkriegen. Ich mach jetzt hier ein fettes Loch. Nicht auf der anderen Seite von dir. Das geht nicht runter. Das ist immer so ne Sache. Aber es ist schon, äh, ein bisschen aufwendig. Hinter zum Schluss. Wir werden mal sehen, wer länger durchhält. Ich. Ja, ey, wenn du mir im Gesicht drum stehst. Ehrlich, ja. Hallo. Mann. Scheiße. Hallo. Du. Du stehst ja schon wieder da im Weg. Du, ich hau dich jetzt gleich, wenn du nicht da weggehst. Psss. Oh, tut mir leid. Ich wollte abbauen. Ey. Ich will abbauen. Ja, einmal. Einmal abbauen, du. Einmal. Einmal nab dein ab. Ähm, wo ist jetzt hier oben? Ich steh über dir. Ja, ist klar. Was, wenn du da hinläufst? Tut mir leid. Ja, sorry. Ist ja gut. Wo bist du da? Ja, den brauchen wir den gleichen ab. Ja, geht schneller. Tut mir leid, da bin ich jetzt nicht mehr. Pffs. Und ich bin in Sicherheit. Und ich bin in Sicherheit. Und ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Hahaha. Bist du sicher? Nee. Boah, hier runter schubsen, ja. Sicher, tut mir leid. Boah. Tut mir leid. Boah, hier runter schubsen. Tut mir leid, wenn du da oben abbaust, ne? Ich baue da jetzt auch mal. Oh, tut mir das aber leid. Es tut mir jetzt aber aufrichtig leid. Go, 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 go! Und runter! Scheiße! Und runter! Oh, tut mir leid! Boah! Boah ey, das ist ja total ätzend. Ich stehe hier am sterben. Guck mal, ich kann da unten gucken. Guck mal da. Ich sterbe jetzt nur nicht, weil da diese Lianen sind. Deshalb habe ich aber Glück gehabt. Ehrlich, ne? Scheiße! Jetzt werde ich da erstmal diese Holzer Sachen abbauen, damit du da mich nicht ständig irgendwas nervst. Wo bist du denn eigentlich schon wieder da? Immer in Bewegung. Habe ich ja gerade Glück gehabt, dass ich nicht abgestürzt bin. Wäre schön gewesen. Ja, 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 ja. Ist schon klar. Alter! Wieso komme ich denn da nicht hoch? Ach, da oben ist mal was geschworen. Weil du schlecht bist. Weil du schlecht bist. Tut mir leid. Ja, ja, tut dir leid. Ist mir schon klar. Es tut dir immer alles leid. Ja, tut mir alles leid. Würde mir auch leid tun, aber tut's mir nicht. Boah, bist du aber diesmal nett. Boah, bist du diesmal aber wieder nett, ey. Bisschen richtiger Romantiker hier. Hehehe. Scheiße. Es tut mir leid, ich muss abbauen. Es tut mir leid, ich muss abbauen. Ich liebe den Überraschungsmoment. only the parody to ring up. Ich liebe den Überraschungsmoment. Ich liebe den Überraschungsmoment. Ich liebe den Überraschungsmoment. Scheiße! Ey, Digga! Ja, selber! Ey, wo bin ich denn hier überhaupt? Ich will doch nur das Laubblatt ab. Tschüssi! Scheiße! Was? Ey, lauf mir nicht vor der Nase rum! Ich auch hier drin! Ey, du stehst vor meinem Gesicht hier! Ja? Tu ich das? Scheiße, verdammt! Aber das war nun ein guter! Naja, das war nicht schlecht, ja! Verschwindet mein Holz! Echt! Boah, du Nassdauer, du Trickster, du Cheater! Ehrlich, ne? Ich Cheater? Soll ich dich mal Nodos anmachen? Nix da, Nodos. Wir spielen hier erstmal bis wir fertig sind. Da kannst du in der Nacht mit Nodos den Rest abbauen, der hinten auch überbleibt. Okay. Boah, du bist ja ein Cheater hier. Wo bist du denn schon wieder? Da kannst du dich jetzt gleich mit Äpfeln vollen. Du kriegst ein paar Äpfel. Ehehehehe. Mach mal gleich Tag. Nee, jetzt machen wir keinen Tag. Scheiße, 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 scheiße. Erstmal hier wieder irgendwo Fluchtmöglichkeiten schaffen, dass wir hier rauskommen. Fluchtmöglichkeit? Ja sicher, was glaubst du denn? Fluchtmöglichkeit? Ja, zum Beispiel so eine, wo du dann abgeschmierst vielleicht. Fluchtmöglichkeit? Ja sicher, Fluchtmöglichkeit. Tschüss! Ja? Weiß ich doch nicht. Oh, tut mir leid. Wo bist du denn da? Schon wieder am rumhacken, hier. Schlimm. Uuuuh, Illuminati. Jaja, ist klar. Irgendeine Scheiße ist immer auf Lager. Irgendeiner ist immer schuld, ne? Du. Immer. Ach, guck mal, wie hoch ich jetzt noch komme, hier. Ob ich dich so verbissen kann. Ja? Jaaaa, cool. Guck mal, wie weit ich hier hochkommen mache. Du hast eine Sache nicht bedacht. Ja, und? Ich kann hinter dir her. Ja, das kann ja sein. Ja? Ich bin sogar vor dir oben. Tschüssi. Ja, glaubst auch nur du. Tschüssi. Sagt ja der Richtige. Ja, ja, klar. Tschüssi. Ja, ja, genau. Kein Problem für mich. Bist du sicher? Mhm. Ja? Ja? Bist du wirklich sicher? Ziemlich sicher. Ich glaube aber nicht, dass du sicher bist. Hm, das werden wir dann sehen. Jedenfalls bist du da oben erstmal in Ruhe. Alleine. Ja? Also, äh... Oder bist du hier schon wieder hier unten irgendwo? Ja. Bist du wieder hinter mir aufgeschlagen? Äh... Tschüss. Tschüssi? Sagst du? Tschüssi Kowski? Äh... Äh... Scheiße, komm ich mit den Lianen nicht mal ganz hoch. Nur noch tricky. The Battle of... Wie nennen wir das eigentlich? Keine Ahnung, wie wir das nennen können. Ah, ich hab noch ne gute Liane gefunden, die bis auf geht. Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Ja? Skill! Ja? Scheiße, fackt wieder runtergefallen. Das nenn ich mal Warn-Skill hier. Was? Das nenn ich Skill. Äh... Ich komm, ich komm, ich komm. Ich kann mal. Ich will da kurz was abbauen. Waaah! Scheiße, ist das... Ich bleib lieber hier unten. Ja? Aber da musst du aufpassen, dass dich... Dass dich keiner überrascht. Ja, wie viele sind denn da zu überraschen hier? Na, da kommt der, der feige Sack da. Guck mal, da hängt er plötzlich in der Luft hoch. Ich bin Spider-Man, Junge. Spider-Man. Ach, hast du einen Lotus-Doppel? Attacken, Junge! No-Fall angestellt, oder? Ja, klar. Deshalb hab ich auch grad eben falsch anbekommen. Ach so, ja, das kriegt man da natürlich. 's. Ich mach's und das ist klar. Ja! Ah! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Und wir sind wieder in dem alten noch. Ganz so einfach, ganz so einfach geht es nicht. Doch, es geht's nicht einfach. Tut mir leid, ich muss hier was abholen. Alter, wie dick ist dieses Ding eigentlich? Können wir mal irgendwie zum Boden kommen? Ja, kannst du ja runterspringen, hast du verloren. Soll ich? Feigling. Du Feigling. Du traust dich ja noch nicht zu kämpfen. Ich trau mich zu kämpfen, weil ich weiß, dass ich gewinne, aber ich will ja nicht deine sensiblen Gefühle verletzen. Mr. Sensibelchen. Jetzt guck ich mal kurz. Okay, es ist nicht mehr so weit bis zum Abrund, alles klar. Ja, ja, gut, und auch immer nicht hier unten, so, da können wir immer noch wieder hochflüchten. Attacke. Ich bin jetzt aber runtergesprungen. Und wenn du in meine... ...in deine Attacke läufst. Ja, ja. Oder was? Das kenne ich nicht ab wie vor, wenn du vor meine Faust läufst. Wie immer. Ja? Do you want something to say? Ja, ein bisschen. Ich weiß, ich werde hier ein paar Löcher mal in die Seite machen. Vielleicht bist du ja so blöd und läufst hier lang. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem Blöd. Ich wundere gerade, dass du so weit... Boah, guck mal, wie hoch das Ding da oben ist, ne? Und wie wir schon runtergearbeitet haben. Tja, musst du später resetten, weißt du? Ja, nee, ich habe das als... G-Matic über Adfly, wa? Ad, äh, nicht Adfly, über... Ne, das ist, das habe ich ja intern. Das ist ja... Das ist ja jetzt, äh, quasi, meine. Deine? Jo. Deine? Deine geklaute Scheiße. Davon ist nichts selbst gebaut, alles hier. Das ist doch wohl klar. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschö. Tschö. Ey. Ich will das hier wegpfaunen. Ja, ist klar, äh. Das habe ich jetzt auch gesagt. Ja, was? Ja. Hallo. Bin immer noch oben. Bin immer noch nicht abgestürzt. Ja? Naja, ach ne, scheiße, hier kommt man nicht mehr hoch, du. Das ist echt nicht wahr, ne? Fall doch mal runter, bitte, ja? Oder nur ein bisschen hoch. Bitte fall runter. Ich habe etwas anderes gefunden. Bist du sicher? Ja. Bist du, äh, very sicher? Ja, geht so, ne? Also, ich meine... Bist du sicher? Das war jetzt nicht so intelligent. Ja, tschüss. Nö, nicht tschüss. Nicht tschüss? Ne, nicht tschüss. Ich hätte ja gedacht, das würde jetzt, äh... Hast du gesagt? Ja, hatte ich. Ach, ich hätte mich ja doch hochbauen können, ich blöd. Ja, hättest du. Mmh, wie doof bin ich denn? Sehr doof. Ja, das... Manchmal muss ich... Alle jetzt mal bitte in die Kommentare schreiben, dass er sehr doof ist. Hohoa. Hallo. Ey, ich stürze gleich ab hier. Boah, habe ich sehr Glück gehabt. Da geht das... Mann, warum hat der auch Glück? Keine Liane mehr hoch. Keine Liane mehr hoch. Na gut, dann machen wir die... Warum hast du eigentlich auch Glück? Ich dachte, ich hätte hier... Allein, äh, das Glück... Ich meine, ich habe doch 20 Euro dafür bezahlt. Das ist klar, für das Glück, ne? Was ist die Glück 3, oder was? Nö. Ich habe 20 Euro dafür bezahlt, dass, äh, einer in Vanish-Mode, der sich hier in den Server eingehackt hat, dich, äh... Trollt. Ja, aber irgendwie... Aber irgendwie macht er das nicht, Igoh, ne? Irgendwie macht er das gerade nicht. Finde ich jetzt gerade ein bisschen verarscht. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dem, aber... 20 Euro, ne? Da muss man schon einiges erwarten, ne? Das könnte man eigentlich, ja, ne? Für 20 Euro würde ich auch erwarten, dass der Troll besser funktioniert. Ich kann ihn ja gleich mal anschreiben, wenn ich in einem sicheren Modum... Ja, 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 ja. ... an einem sicheren Punkt bin. Genau, ich brauche das jetzt auch mal so, dass es schwieriger wird für dich, mich zu nerven. Aber gut, mit springen kommst du immer gut weit, ne? Ja. Ja, solange wir das noch einigermassen... Illuminati... ... überbrücken kann. Hallo! Ja, ja. Ist klar. Tschüssi, schade. Tschüssi selber. Nein! Wie, wo bist du? Du hast mich runtergeschlagen, gespacken. Ich hab überhaupt nichts geschlagen. Du hast mich runtergeschlagen, gespacken. Ich hab nicht geschlagen. Du hast geschlagen. Ja, ist klar. Also, ich baue hier Laub ab und anders mache ich es nicht. Und wenn du da nicht nachkommst, habe ich da doch keine Probleme. Kommst du schon wieder hoch? Ey, wie geht das denn? Ich dachte, ich hätte das so abgemacht, dass da nicht... Mach doch irgendwie so einen Nodus an. Nö. Ja, komm, no fall oder... Nein! Oder spider climbing oder was? Nein! Nee, X oder Y oder Y. Nein! Kann ich natürlich anschalten. Ja, hier. Runterschlagen kann ich auch. Ja, ich mach hier... Tut mir leid, ja. Ja, ich mach hier Laub. Guck mal runter. Ja, ich mach auch Laub. Ich mach auch Laub. Guck mal da. Ja, guck, ich mach auch Laub. Ja, ich mach nur Laub. Guck mal da. Guck, ich mach auch Laub. Wow. Ja, ich mach auch Laub. Ja, ja, ja. Ich mach auch Laub. Auf jeden Fall ist kein Laub mehr da und dann hat man ein Problem. Ja, du hast mich grad eben runtergeschlagen. Boah, ey. Du hast mich grad eben runtergeschlagen. Ich hab dich gar nicht geschlagen. Ich schlag überhaupt nie auf dich. Ich schlag immer nur auf dieses komische Holz. Ich schlag nie auf mich. Was hat sonst so ein Nettes gibt? So was zum Beispiel. Sicher? Klar bin ich mir sicher. Bist du sicher, dass du sicher bist? Ja, sicher bin ich mir sicher, dass ich sicher bin. Niesst nicht auf das Holz. Jetzt wo meine Flinte springt, da kriegst du jetzt einen ab. Aber hallo. Ehrlich, ist das denn wahr? Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich will schreien. Wird dir das auch immer leid, wenn ich dich haue. Oh. Äh. Ähm. Scheiße. Kommen wir hier irgendwie nicht wieder raus, oder was? Jetzt heißt es... Boah. Hey, Tschüssikowski, hab ich gesagt. Nichts Tschüssikowski. Doch. Hey, boah, verloren. Naja, eigentlich ist es so ein Unentschieden. Du hast mich gerade eben runtergeschlagen. Ich war unten und... Du warst unten schon. Ja. Achso, ja, das war jetzt nicht... Ja gut, egal. Okay, sagen wir unentschieden, okay? Meinetwegen. Aber das ist ja schon... Ach, hier ist ein regulärer Eingang. Also das ist schon ein Riesending. Ich mache jetzt mal wieder Game Mode. Okay. Hm. Sagen wir, wo ich da oben mit Nodos hochgeflogen bin, ähm, schneiden wir einfach weg, ja? Ne, oder schneiden dir gar nichts. Aber es ist doch noch viel übergegeben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da mehr von dem Ding kaputt gewesen wäre. Aber guck, wir haben schon ordentlich gewütet. Ja. Satt gewütet hier. Ähm. Das war mal ein Baum. Es sieht aus, als wäre da Tintel drin. Allerdings waren wir das. So, wie auch immer, wir machen jetzt hier mal Kack. Das war jetzt sozusagen mal einfach nur so ein Game, so ein kleines In-Game, was vor allem ohne Plug-ins läuft. Man kann ja einfach die Bäume so pflanzen und schön wachsen lassen. Und dann hat man eben so eine selbstgebaute kleine Arena. Schönen Tag noch, wa? Genau. Bis dann. Tschö. Tschö.